Weihnachtsfeste an Schulen sorgten zuletzt immer wieder für Diskussionen. Italiens Regierungschefin Giorgio Meloni möchte die Feiern gesetzlich verankern. An Italiens Schulen und Universitäten soll das Weihnachtsfest nach dem Willen der Partei von Ministerpräsidentin Giorgio Meloni per Gesetz unter Schutz gestellt werden. Die Rechtspartei Fratelli d'Italia, Brüder Italiens, brachte einen Gesetzentwurf ins Parlament ein, um zu verhindern, dass Weihnachtsfeiern in Winterfeste umbenannt werden, wie die Nachrichtenagentur Attengronos am Mittwoch berichtete. Auch das Aufstellen von Weihnachtskrippen soll damit gesichert werden. Aus den Reihen der Opposition kam Kritik und Spott. Die rechte Senatoren Lavinia Menoni begründete den Gesetzentwurf mit inakzeptablen und peinlichen Entscheidungen einiger Schulbehörden in den vergangenen Jahren. Aus vermeintlicher Rücksicht auf Gläubige anderer Religionen werde das christliche Weihnachten in seinem Wesen verändert, so die Abgeordnete. Sie sprach auch von einer besonderen Beziehung des Weihnachtsfestes zu Italiens nationaler Identität. Ähnliche Regelungen sollten nach ihren Vorstellungen auch für Ostern gelten. Die Fratelli d'Italia, entstanden aus der postfaschistischen Bewegung, sind größte Partei der rechten Dreierkoalition, die Italien seit Oktober vergangenen Jahres regiert. Wann der Gesetzentwurf im Parlament beraten werden soll, war zunächst nicht bekannt. Von Meloni selbst gab es dazu am Mittwoch keinen Kommentar. Aus der Opposition wurden die Pläne als lächerlich bezeichnet. Die grünen Abgeordnete Loana Zanella sagte, sie wollen alles verbieten, was ihnen nicht gefällt.